Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell. Ich bin natürlich auf die Art nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Mafia City. Viel Spaß. Ich hatte leider vergessen mein Mikro hinzuschalten, daher mache ich ein bisschen Musik rein. Ab der Hälfte kommt auch wieder meine Stimme. Viel Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, 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 okay. Das geht nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. 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 ok ok so ist das eigentlich ein bisschen mehr weg zoomen, alles nah dran das ist so gut so gut Aufgaben nochmal tägliche Aufgaben trainieren, trainieren, trainieren Bargeldraub einen Raubbezug bestätigen die habe ich doch jetzt wie lange dauert das? so ein Raubzug 40 Sekunden bin ich da ok 2 Stunden 40 Minuten gut dann ist er anscheinend ein bisschen länger weg erhöhe Bargeldgewinner war das eine? oder? 2 stücke gut gut dann haben wir noch dann bestimmt auch 2 2 2 2 3 4 oder das gerade auch ne? das 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 geht nicht im Gebäudeauflöbel bin ich dabei im Gebäudeauflöbel Clanspende ja war es eigentlich frei durchgesen danke das 4 4 4 5 5 6 4 5 5 5 5 die die Clan-Hilfe? Ja, da ist ja keiner in der Gehlde. Ja, hier eine. Ein-Mann-Gehlde. Ach, wie eine Uhrzeit. Ich habe noch 160.000. Aber die Zeit ist voll. Genau, was wird sein. Oh, okay. Nächste Aufgabe. Oh, da hat man mich fertig gekriegt. Raubzug, Raubzug, Mitglieder unterstützen. Eigentum. Gute Morgen. Warte. Ich habe mich nicht mehr getraten. Tut mir leid. Tut mir leid. Und es wird mir... ...dermen... ...dermen steht nicht da. Okay. Um 8 Uhr. Ah, 8 Uhr. Okay, weiter geht's. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Statt. 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 Okay. Dann nicht. Statt. 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 Oh, da war ich gerade drin. Okay. Statt. Du, du, du. Oh, nächste Schütze, Nr. 3, 5 braucht man davon, ja, was fehlte noch? Aufgaben, bin ich ja dabei, andere Aufgaben, Ausversuchungen, okay, und was haben wir jetzt noch? Die letzte Heile, dafür muss er erstmal in Angriff machen, Straßenkämpfe bestreiten. Angriff, ich soll da reingehen, was ist da denn? Okay, für 8 Stunden. No man can skip meals without feeling something, either made of iron and steel. Okay. Vielen Dank. Noch eine Person muss die Arme schützen. Vielen Dank. Hm. Um. Oops. Oops. Okay. Dann gehen wir nochmal raus. Waren nochmal Straßenkämpfe an das. Mal was über tägliche Straßenkämpfe. Ja. Da. Ah. Die letzte Person zum Schützen für heute. Dann müsst ihr ja jetzt schon 25 Minuten spielen. So. Ich müsste die hier mal aufwerten. Lassen wir mal 15 sein. Dann geht das schneller. Ah. Der Knopf ist. 7331. Den muss ich aufwerten. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Warte mal. Wie lange brauchen die denn noch? Jetzt sind sie da 1 Minute 30 zurück. Ach Mensch. Warum muss das immer so lange dauern? Ja. 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 Und da gehen nach. Untertitelung des ZDF, 2020 Ok Geldmaschine, Geldmaschine SDF, was wird das hier? Clubs Ok Jetzt können wir mal ranzoomen und hier Ja Money makes the world go round Weirdos different Money makes the world go round Weirdos different Weirdos different Money makes the world go round Weirdos different Money makes the world go round Weirdos different Weirdos different Money makes the world go round Weirdos different Weirdos different Money makes the world go round Weirdos different Weirdos different Weirdos different Weirdos different Ja komm ja, ich schützt dich, zack, zack, zack. Ja komm ja, ich schützt dich, zack, zack. Ok, die anderen Wand hebe ich mir auf fürs nächste Mal. Man muss ja einmal am Tag ein Ding ins Bauen und dann würde ich sagen, wer fährst doch ein bisschen wenn ich mir das aufheben würde okay dann haben wir jetzt beide einmal okay und der andere na gut dann hätte ich den Ding es nicht aufwerten müssen egal beim nächsten Mal gut 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 dann würde ich mal sagen das war es für heute hoffentlich Aufgaben täglich Ach Straßenkämpf würde ich doch noch machen aber nicht mehr Level 1 nein ich habe doch noch andere Aufgaben da nehmen wir 2 3 Stück das ist das ist das ist das ist das ist 3 Mick Lippen Stift in Langrock Minirock und Lippenstift Sorry Ok Level 1 oder Level 2 Level 2, das ist gut und gleich danach noch einen hinterher Dann gehen wir nochmal hier rein Aufgaben täglich vielleicht noch mal 4 dann kommt noch einer und das können wir auch noch machen Verletzte da brauchen wir erstmal Verletzte für Gewählmaterial zusammensetzen dann 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 da dann geht bei der Spende wieder aus dann dann Sind sie denn auch schon wieder zuhause angekommen? Natürlich nicht. 20 Sekunden noch. Vorhaben 2. Vorhaben 3. Ich kann auch um 2 erhöhen. Genau. Haupt. Zack, zack, zack. 1 Minute 45. Was mache ich in der Minute 45 jetzt noch? Verletzte Halle. Mal schauen beim Handel. Ach, das war das Gebäude geworden. Hm, das klappt ja wohl nicht. Was habe ich denn noch? Aufgabe. Geldraubzug habe ich einen schon losgeschickt. Güterraubzug habe ich noch keinen. Planhilfe geht nicht. Mitglieder unterstützen geht nicht. Handel geht nicht. Da bin ich gerade auch bei, Abwehrwaffen herzustellen. Verletzte Halle. Ich habe keine Verletzten. Das ist doch eine Schweinerei, oder? Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Ein Krimophon. Das ist ein Geschenk. Ein Krimophon. Das ist ein Geschenk. Dann haben wir jetzt. Das ist aufhörig. Dann schicke ich noch einmal. Meine Leute loszugen. Echt ein Raubzug. Nehmen wir ein guter Raubzug. Raubzug. Ach, die selben Unterwegs. Na gut, eine Minute noch. Eine Minute. Das schaffe ich auch noch. Nein, nein, nein. Da kommt der Raubzug. Genau vor der Tür. Ah, jetzt sind sie da. Raubzug. Und, die ist unterwegs. Nehmen wir sie. Und wie lange braucht der dafür? Komm schon schneller. Ja. Für mich ewig Zeit. Das ist nur ein roter Punkt. Den werde ich noch gleich einmal auflösen. Lösen. 2 Stunden 14. Äh, 1 Stunde 48. Egal. Wenn man jetzt einmal den hier kurz benutzen. Auf Valentinstag. Uh. Und wieder zwei Rosen. So. Kann ich was für die zwei Rosen noch kaufen. Auf das rote ziehen. Schützen. Was ist da oben? Okay. Dann würde ich mal sagen. Das war's für heute. Das sage ich mal. Dankeschön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nicht dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ja. Sonntag wiedersehen. Ticket, Ticket. Tschüss.